Herzlich willkommen in unserer Praxis für Sprachtherapie und Logopädie. Wir behandeln Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei Sprach-, Sprech-, Stimm- oder Schluckstörungen. Die sprachlichen Kommunikationsfähigkeiten zu erhalten oder wiederherzustellen, sind wichtige Voraussetzungen für ein selbstständiges Leben in unserer Gesellschaft. Um unsere Behandlung alltagsorientiert anzubieten und nachhaltige Fortschritte zu erreichen, stimmt unser kompetentes und freundliches Therapeutenteam die Therapieziele mit Patienten und Angehörigen ab. Wir arbeiten ganzheitlich und interdisziplinär durch intensiven fachlichen Austausch mit Ärzten, Fachtherapeuten, Lehrern, Kindertagesstätten, Schulen und Kliniken zusammen.